hallo zusammen heute gibt es vor mir ein kurzes video mit tipps welche ihre beschaffungssituation im jahr 2023 im vergleich zum vorjahr deutlich entspannen können viele unserer kunden mit dem wir tag für tag in kontakt stehen haben bereits ihre forecast bestellung für das gesamte jahr 2023 getätigt für uns als großhändler welcher die bestellungen sechs monate bis zu einem jahr im vorfeld bei den herstellern platzieren müssen sind halbwegs verlässliche bestellmengen überaus wichtig zum einen möchten wir die steigende nachfrage unserer bestands und neukunden im vollen umfang befriedigen zum anderen benötigen wir die sicherheit dass die von uns bestellte ware auch zwölf monate später noch nachgefragt und abgenommen wird kunden die uns frühstmöglichere bedarfe in form von bestellungen mitgeteilt haben können auch bei einer weiter angespannten liefersituation mit einer geregelten belieferung rechnen sollten sie also nicht bereits weit in das jahr 2023 ihre bestellung getätigt haben nehmen sie am besten in kürze kontakt mit ihrem persönlichen ansprechpartner aus dem kann ich vertrieb auf und besprechen die beste vorgehensweise nach wie vor rate ich hierzu sortenreiner monatsweise bestellweise und lieferungen direkt aus eigener lager ihre persönlichen ansprechpartner können hier aber ganz gezielt auf ihre eigenen bedürfnisse eingehen auf gute geschäfte in 2023 ihr simon von der fair